Du kaufst es für 15.000 oder ich zünde es an? Auf einmal Sprachnachricht, ja, ja, Nico, bla 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 bla, übertreib mal nicht, ne, ich nehm das schon, aber halt für die 5.000. Ist du, du hast mich nicht verstanden. Vollmond, brennt das Bild. Dann war Vollmond, er hat sich nicht gemeldet, hab ich alles auf Video und Instagram hochgeladen, zack, liegt das Bild da, Benzin komplett. Und da hatte ich noch, natürlich, da konnte ich Feuer machen, Betonboden, keine Rauchen mehr, ja. Angezündet, komplett, das Ding ist komplett abgebrannt, außer das Gesicht, Tupac wollte nicht abbrennen. Und dann haben die es so gesehen und auf einmal schickt er mir so eine 9-Minute-Gesprachnachricht, so, ey, was bist du für ein Typ und so weiter, jetzt hab ich alles extra umgebaut, meine Kinder wissen, dass das Bild da hinkommt, das, 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 mit dir kann man kein Geschäft machen, so wirst du nie erfolgreich und dachte ich, doch genau, erfolgreicher war ich noch nie, weil ich bin bei meinen Wurzeln geblieben, ich bin mir treu geblieben, ich hab mir gesagt, ich verkaufe mich nicht einmal und ich hab's fast bei dir getan, danke für die Erinnerung. Und das Bild hab ich immer noch. Was ist das, da, das ist auch. Was ist das, da, das? Du bist das SBS. Was ist das, da, das ? Untertitelung des ZDF, 2020